aufzuziehen, ihn vorsichtig hinzustellen und dann meinen großen Bruder zu bitten, mir den Frosch aufzuziehen. Sobald mein Bruder den Frosch berührte, sprang er ihm plötzlich entgegen oder ins Gesicht und mein lieber Bruder tat jedes Mal so, als würde er sich zu Tode erschrecken, während ich mich lachend und schreiend auf dem Boden wälzte. Heute kommt es mir so vor, als seien wir überall von aufgezogenen Fröschen umgeben, die beim leichtesten Anstupsen explodieren. Das Internet hat nicht nur dazu geführt, dass jede und jeder eine öffentliche Stimme haben kann, sondern auch dazu, dass Banalitäten über Empörungsspiralen zu Shitstorms aufgeblasen werden, angefeuert von Trollen, die sich über solche Eskalationen freuen, wie damals die kleine Mai, wenn dem Bruder der Frosch ins Gesicht springt. Die aktuelle Debattenkultur scheint hochstrapaziert. Es dominiert schwarz-weiß, viele Fronten sind verhärtet. Differenzierte Diskussionen sind oft kaum möglich, geschweige denn ein Konsens. Doch zu einem Konsens zu gelangen, ist leichter gesagt als getan. Selbst Greta Thunbergs Spruch »Unite behind the science« wirkt nach Corona irgendwie komplizierter als vorher. Für Greta war es das Mindeste, das man verlangen kann, sich hinter den Fakten, hinter der Wissenschaft zu versammeln. Aber gibt es die Wissenschaft überhaupt? Und auf was können wir uns überhaupt einigen?« In diesem Buch will ich mich auf die Suche begeben. Auf die Suche nach der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit. Ich will nicht nur herausfinden, worauf wir uns tatsächlich einigen können, sondern auch, und das ist eigentlich viel spannender, wo die Fakten aufhören, wo Zahlen und wissenschaftliche Erkenntnisse noch fehlen und wir uns also völlig berechtigt gegenseitig persönliche Meinungen an den Kopf werfen dürfen. Nur wenn man bei einem Streit auf dem Fundament einer gemeinsamen Wirklichkeit steht, funktioniert Streit, funktioniert Debatte, ohne dass wir uns wie aufgezogene Frösche ins Gesicht springen müssen. Vielleicht macht Streiten so auch wieder Spaß. Also viel Spaß! Kapitel 1 Die Legalisierung von Drogen Keine Macht in Pauschalisierungen Fangfrage Sollte die Schädlichkeit von Drogen über ihren legalen Status entscheiden? Ja? Nein Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli, antwortete Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, auf die Frage, ob sie den Alkohol für gefährlicher halte als Cannabis. Ach so, Cannabis ist gar kein Brokkoli. Gut, dass wir dieses weitverbreitete Missverständnis aus der Welt räumen konnten. Natürlich wurde der Spott über den Brokkoli-Vergleich, den Ludwig auf einer Bundespressekonferenz im Juli 2020 zog, im Netz leidenschaftlich zelebriert. Vor allem von der jüngeren Generation, die sich tendenziell eher für eine Legalisierung von Cannabis ausspricht, wurde der kein Brokkoli-Spruch genüsslich verspeist und wieder ausgespuckt in Form von Memes, Tassen und T-Shirts. Ich fand den Brokkoli-Vergleich zwar auch ulkig bis unglücklich, nur darf man es sich nicht zu leicht machen und ihn als Beleg dafür nehmen, dass es dann wohl keine vernünftigen Argumente gegen eine Legalisierung von Cannabis gäbe. Eines lieferte Ludwig tatsächlich selbst noch nach, aber dazu kommen wir gleich. Widmen wir uns zunächst einem anderen Schrägen-Vergleich. Cannabis ist kein Brokkoli, aber Ecstasy ist auch kein Pferdereiten. Schon mal was von Equacy gehört? Equacy wurde im Januar 2009 von dem britischen Psychopharmakologen David J. Nutt als eine gefährliche, doch bis dahin unbeachtete Droge vorgestellt. In der Fachzeitschrift Journal of Psychopharmacology beschrieb Nutt, wie er auf das übersehene Suchtmittel aufmerksam geworden war, nämlich durch den dramatischen Fall einer Frau, die durch Ecstasy permanente Hirnschäden erlitten hatte. Mit Anfang 30. Noch schockierender war, dass unter den Millionen von Ecstasy-Nutzern in Großbritannien auch viele Jugendliche und sogar Kinder waren. In seinem Artikel rechnete David Nutt erst vor, dass Ecstasy zu über 100 Verkehrsunfällen und etwa 10 Todesfällen pro Jahr führt, um dann nach der Hälfte seines Textes aufzulösen, wofür Ecstasy eigentlich steht. Für Equine Addiction Syndrome, also Pferdesuchtsyndrom. Für Spaß am Reiten. Dafür, dass Pferdesüchtige für ihr Reitvergnügen alle Konsequenzen des Reitens in Kauf ... ...